XRP wird auf 10 Dollar gehen? Das ist ein Kommentar, den ich sehr häufig unter meinem letzten XRP Video gesehen habe, denn ich glaube, einige XRP Fans haben sich durch mein letztes XRP Video sehr angegriffen gefühlt, denn ich habe genau erklärt, dass ich bei XRP persönlich nicht investiert bin und auch nicht plane, in XRP zu investieren, denn ich sehe die Chancen, die XRP hat, nach oben hin, habe ich auch ganz genau bei anderen Coins. Allerdings würde ich nicht in XRP investieren, weil XRP bzw. Ripple eine Klage bzw. einen Gerichtsprozess an der Backe hat und daher die Upside oder die Downside nach unten hin eben deutlich höher ist als bei anderen Coins. Das heißt, ich hätte bei anderen Coins ein deutlich höheres Chancen-Risiko-Verhältnis. Das hat sehr vielen XRP Leuten nicht gepasst und deshalb gibt es nochmal eine genaue Chart-Analyse und wir schauen uns mal an, ob wir nicht lieber doch in XRP investieren sollten. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu XRP hier bei Krypto-Deutschland. Ja Leute, wenn euch dieses Video gefällt, drückt den Daumen nach oben und hinterlasst mir gerne erstmal eure Meinung in den Kommentaren. Was haltet ihr von XRP und was denkt ihr, wie geht der Gerichtsprozess aus? Schauen wir uns einmal XRP-Chart-Technik an. Im letzten Video habe ich erklärt, dass bevor ich jetzt hier Geld in XRP reinstecke, was vielleicht auf 10 Dollar gehen kann, also in 20x macht, investiere ich lieber mein Geld in andere Coins wie beispielsweise Dent, wo ich nach oben hin viel, viel, viel mehr Geld machen kann. Aber ich habe eben nicht so eine hohe Downside, weil das Projekt Hand und Fuß hat. Hat XRP auch. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. XRP ist kein Shitcoin. XRP ist ein klasse Projekt. Das hat Hand und Fuß, hat ein funktionierendes System. Man kann sehr günstig Geld versenden und ich kann mir auch vorstellen, dass das Ganze auch im großen Stil funktioniert. Allerdings hängt bei XRP alles gerade an einem Faktor, der sich SEC nennt, denn XRP befindet sich in einem der größten Gerichtsprozesse, wenn nicht sogar in dem größten Gerichtsprozess der Kryptogeschichte, der auch schon ewig lange läuft, wo das Ende immer weiter hinausgezögert wird. Und ich befürchte einfach, dass wenn XRP nicht rechtzeitig aus diesem Prozess rauskommt, im nächsten Bullrun einfach nicht genug profitiert oder im schlimmsten Fall, wenn XRP schuldig gesprochen wird, dass es halt einfach nach unten hin geht. Weil wenn XRP schuldig bzw. Ripple als Firma schuldig gesprochen wird, dann, wie gesagt, ist halt alles vorbei bei XRP. Wenn es natürlich ja freigesprochen wird oder denen wird recht gegeben, klar, dann geht es nach oben, aber das ist ja eigentlich nur, dass ich sage 50-50 und das ist für mich keine vernünftige technische Analyse. Deshalb schauen wir uns einmal die kurz-mittelfristige Perspektive bei XRP an. Wir starten einmal hier Corona-Crash, jeder Coin ist gecrashed, also hier nichts Unübliches, dann Bullrun XRP hochgegangen, hat hier vom Corona-Crash-Bottom, beziehungsweise wir zählen einfach mal von hier an bis zum absoluten Top, 1.058% gemacht, das heißt 10x, wenn wir jetzt mal den Corona-Bottom mitnehmen, 1.800%, ich meine, okay, Corona-Crash-Bottom, man muss jetzt auch nicht immer die ganzen Extreme hier verwenden. Auf jeden Fall hat XRP hier, kann man sagen, auf jeden Fall gut zugelegt. Wir sind hier, ja, um gute 8 bis 10x nach oben gegangen, alles sehr solide. Der Bärenmarkt hat bei XRP natürlich, ja, auch eingeschlagen, hier haben wir vom Top to the Bottom 85% Minus gemacht, aktuell hat sich XRP aber wieder sehr, sehr gut gefangen und wir sind vom All-Time, oder nicht vom All-Time-High, das war ja deutlich höher, aber wir sind vom letzten lokalen Hochpunkt über 75% entfernt. Alles halb so wild, allerdings bildet XRP hier eine sehr, sehr bearish-Chart-Formation, und zwar ein Rising-Redge, was hier darauf deuten lässt, dass XRP vielleicht doch nochmal hier runter geht auf 28 Cent. Ja, das ist nur ein Chart-Muster, die Wahrscheinlichkeit ist hier chart-technisch aus der technischen Analyse in meinen Augen, aber aktuell deutlich höher, dass XRP doch nochmal eher runter geht, als dass es hier nochmal hoch geht, vorausgesetzt, wir durchbrechen hier die 21-Week Moving Average. Und um das nochmal klarzustellen, oder kurz um die technische Analyse einmal abzuschließen, ich persönlich glaube, wenn XRP sich über der blauen Linie, was die 21-Wochen Moving Average ist, halten kann, kann es bei XRP super nach oben hingehen und wir können auch hier die ein oder anderen Profite einloggen, aber sobald wir das Ganze brechen, hier ausbrechen, ist denke ich auch hier erstmal Schicht im Schacht, und wir werden eine stärkere Korrektur bei XRP sehen, denn XRP bewegt sich zwar mit dem Markt, beziehungsweise mit Bitcoin, aber hat dann doch eher auch seine eigene Richtung und hält sich jetzt nicht genauso an die Vorgaben des Marktes, einfach weil XRP ja einfach was Eigenes ist, einfach ja nicht so, ich kann es gar nicht in Worte ausdrücken, weil XRP einfach nicht direkt im Markt mit drin ist, wie alle anderen Coins, damit meine ich gezielt, dass XRP eher seinen eigenen Weg geht und XRP hat ja auch noch die Klage an der Backe, beziehungsweise diesen gesamten Gerichtsprozess und das ist einfach ein Grund, warum ich persönlich sage, dass ich nicht rein investiere. Wenn du jetzt großer XRP-Fan bist, investiere gerne dein Geld in XRP, ich persönlich mache es nicht, denn wenn ich mal sage, okay, der Gerichtsprozess wird jetzt gewonnen und dann geht XRP auf 4 Dollar, wir machen das Doppelte vom Lokalen hoch auf 4 Dollar, was schon total unrealistisch ist, dass es so krass hoch geht, nur weil eine gute News kommt, natürlich wird es dann einen Pump geben, brauchen wir gar nicht darüber reden, aber ob diese News überhaupt kommt, weiß man nicht, ob diese News dann doch eher ist, XRP schuldig gesprochen und dann bam, das Ganze nach unten hingeht, ist halt auf jeden Fall krass. Bei XRP ist in meinen Augen das große Problem, natürlich kann ich bis nach oben 7x machen, 7x kann ich auch mit anderen Coins machen, bei XRP habe ich aber das Problem, dass wenn der Gerichtsprozess schlecht ausgeht und es ist ja im Endeffekt eine 50-50 Chance, entweder schuldig oder nicht schuldig, dann kann XRP hier auf jeden Fall ein Totalverlust werden und dann eben nahe 0 gehen, beziehungsweise minus 90, 95% und ich habe dann eben sehr viel von meinem Geld verloren. Ich persönlich sehe das Chancen-Risiko-Verhältnis bei XRP nicht und fühle das jetzt nicht da rein zu investieren, deshalb investiere ich nicht in XRP. Meine persönliche Meinung, eure Meinung, bitte hier wieder in die Kommentare, hat mich sehr gefreut, dass wir letztes Mal so eine schöne Diskussion starten können, natürlich immer freundlich bleiben und respektvoll miteinander und dann würde ich sagen, sehen Sie uns im nächsten Video, bis dann und ciao!